Unterwegs zum nördlichsten Standort von Mercedes-Benz, das Automobilwerk Bremen. Im engen Produktionsverbund mit zwölf Werken in Deutschland. Von hier aus werden Kunden in über 170 Ländern der Welt beliefert. Ein wichtiges Industriezentrum inmitten der freien Hansestadt mit vielen Zulieferpartnern in der Region. Ehemals ein Produktionsstandort der Borgwartwerke, eine große Tradition. Heute eine der modernsten Automobilfabriken der Welt. Produktionsabläufe optimieren durch vernetztes Denken. Das Ganze sehen. Die Basis unserer Fertigungsphilosophie. Aus dem Maschinentakt von einst ist eine Choreografie geworden, deren Zusammenspiel mit der Unternehmensumwelt harmonisch abgestimmt ist. Selbstständig entscheiden, mehr eigene Verantwortung übernehmen und offen sein für Veränderungen. Dies gilt natürlich auch für unsere vielen tausend Mitarbeiter. Mit der Bereitschaft, das Verhalten zu ändern und damit der Umwelt zu dienen. Keine Durchschnittslösung, sondern das Beste für den Kunden. Drei Modellreihen werden in Bremen produziert. Das T-Modell, der Roadster SL und die C-Klasse. Drei Modelljer In Sekundenbruchteilen. Formen als Ergebnis aus Jahren konzentrierter Entwicklung. Ästhetik und Strömungsphysik. Versuch einer Synthese. Finsch Roboterperfektion, eine Wiederholgenauigkeit von wenigen Nümen, ausgeführt nach einer exakten Choreografie, erdacht und überwacht von Menschen. Qualität von Anfang an, sorgfältig überwacht. Für den Roboter ist Perfektion eine Frage der Geometrie. Der Mensch gestaltet mit Erfahrung und handwerklichem Können, so vollkommen wie möglich. Perfektion In den Kreisläufen der Natur geht nichts verloren, fallen keine Abfallstoffe an. Vorbild für eine intelligentere, ressourcenschonende Produktion. Zum Beispiel durch lösungsmittelarme Lackiertechnologien, Materialrecycling, Wärmeaustausch und Fernwärme. Ausgeklügelte Kreislaufsysteme für Wasser. Das Ziel dieser Anstrengungen sind sauberes Wasser, saubere Luft und die Vermeidung von Abfallstoffen. Musik 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 Flexibles Denken Die Geometrie der Arbeitswelt in Bewegung Eine Umorientierung, die den Menschen wieder ins Zentrum rückt Durch ergonomisch gestaltete Arbeitsplätze und Entlastung durch sinnvolle Automatisierung Die Geometrie der Arbeitswelt in Bewegung Taktunabhängige Gruppenarbeit erlaubt mehr eigenverantwortliche Arbeitsgestaltung Bei der jeder ständig dazu lernt, neue Ideen entwickelt und seinen Beitrag leistet, um noch besser zu werden Jeder muss mehr wissen, als für seinen unmittelbaren Auftragsumfang notwendig ist Den Zusammenhang erkennen, dem jedes Detail dient Extreme Belastungen unter extremen Bedingungen Die Aufnahmeprüfung für eine Fahrzeugklasse der besonderen Art Jedes der Fahrzeuge, die das Werk Bremen täglich verlassen Ist eine intelligente Antwort auf das wachsende Bedürfnis nach Komfort, Sicherheit, Individualität und Umweltverträglichkeit Verträglichkeit Untertitelung des ZDF, 2020